Was passiert, wenn man die zwei besten Patronen von Celia miteinander verbindet? Die Exergy Blue und die SPCE. Man erhält die Celia Below Cutting Edge. Das SPCE-Geschoss von Celia ist bei Jägern sehr beliebt. Denn das Teilmantel-Scharfrandgeschoss hinterlässt nicht nur sehr gute Schnitthaare, sondern auch eine Schweißspur, der man gut folgen kann. Die zukunftsorientierte Exergy Blue ist nicht nur bleifrei, sie hat auch eine sehr gute Stoppwirkung, was für einen weitgerechten Schuss wichtig ist. Kombiniert erhält man dann nicht nur die gute Stoppwirkung und die bleifreien Eigenschaften der Exergy Blue, sondern auch die Schnitthaare und die Schweißspur von der SPCE. Gemeinsam ist also die Cutting Edge eine wirklich sehr gute Allrounder-Jagdpatrone. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.